Wir haben in 35 Jahren einiges gesammelt, aber wir müssen das jetzt eigentlich sehr knapp halten, ne? Sonst fängt die letzte Band morgen um die Sechs rein. Egal! Und ich glaub das wollen wir nicht. So, wir hatten mal eine famose, so eine dritte kleine Silvesterparty bei uns im Haus, mit 80 Leuten. Und irgendwann hab ich in einer dunklen Ecke an einem Fell gesehen, das hab ich dann noch nie gesehen. Irgendwann hat sich das bewegt. Ach, dachte ich, das lebte. Gut, irgendwann ist dieses Fell aufgestanden, da wusste ich, ach da ist vorne, da ist hinten. Wunderbar. Jetzt wissen wir also, was das eigentlich überhaupt für ein Wesen ist. Und dieses Wesen ist dann die ganze Nacht, überall durch den Tanzraum, durch den Chillraum, durch die Live-Sessions, überall ist dieses Wesen rumgedrottelt. Das war einfach ein knuffiges, fluffiges Teil. Los, du kriegst dein Stück. Song können wir das eigentlich nennen. Stück. Jiggling beat. Also so ein jiggling beat. Of the Bobtail feet. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.